Herzlich Willkommen zu den TNN Action News. Mein Name ist Sübel und ich bin hier im Maisfeld in Dipsingen. Bei mir nun zu Gast, äh, ah, Moment, bei mir nun zu Gast, FBI Agent May. Was ist denn hier genau passiert? Nichts ist passiert. Können Sie mir genau das sagen? Nein. Was sind die dann hier? Pass auf, dass hier niemand reingeht. Aber was ist das? Was ist das? Da ist doch gar nichts.